Ja, grüß Gott aus Matting zwischen Regensburg und Kelheim. Wir sind hier im Zünftstüberl und ich habe hier heute Nacht in der Scheune im Schuppen des Restaurants übernachtet. Leider konnte ich auch dieses Mal die Happy Giving Kette nicht weiterführen. Ich habe hier niemanden gefunden, der bereit war, etwas abzugeben für die nächste Person, beziehungsweise hat sich nicht die Situation ergeben, in der ich hätte fragen können. Trotzdem bin ich sehr dankbar, dass ich hier unterkommen konnte. Und auf den letzten beiden Etappen wird sich zeigen, ob ich das Projekt irgendwie nochmal anstoßen kann oder ob ich leider ohne Geschenk in Karlsruhe ankommen muss. Guten Morgen, Leute, oder wie die Bavarians sagen, servus, grüß Gott. Ich bin hier zwischen Regensburg und Kelheim, in einem kleinen Village called Matting. Ich habe da in einem Badge von einem Pub, einem Pub called Zünftstüber. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre. Ich war sehr froh, dass ich hier bin, und ich war sehr froh, dass ich hier bin. Aber, unfortunately, ich habe keine Besen für die nächste Person bekommen. So, today, ich gehe zu Ulm, zu bleiben in Ulm. Und vielleicht, ich werde vielleicht jemanden, die mir ein Besen für mein letzte Mal, für mein letzter Schritt, für mein letzter Schritt, von Ulm, zu Karlsruhe. So, ich werde nicht kommen, ohne nichts. All right, Leute, ich werde gehen. See you. .